servus pyrus herzlich willkommen zu einem neuen video heute für euch im test geysir kaliber c von funke ja nem 87 gramm hier bei diesen teilen drei stück sind hier enthalten sind also wirklich ordentliche teile wir schauen wir mal ganz kurz rein drei unterschiedliche sind wir haben hier nämlich einmal den geysir kaliber c in blau in grün und in rot ich bin sehr gespannt wie deutlich jetzt dann auch von der farbe her die unterschiede sind wie kräftig die farben sind freue mich sehr drauf wir werden alle drei jetzt sehr genüsslich der reihe nach zünden auf geht's viel spaß beim test geysir kaliber c von funke los geht als erstes mit dem roten so 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 Alter, heftig. Weiter geht's mit dem Grünen. Und als letztes noch den blauen. Sehr, sehr geile Teile. Also die machen wirklich richtig Laune. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Pyrus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.